keine ahnung wie das funktionieren soll da konnte ich die letzte ich konnte noch bevor ich die wand kann ich noch mal nach rechts ich glaube den weg hatten wir auch noch gar nicht kann das sein vielleicht ist das der rettende weg also ich will jetzt nicht ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir haben schon viele ich glaube wir haben schon fast eigentlich alle möglichkeiten durch gehabt oder und das ist auch eine möglichkeit die ich noch nicht ausprobiert habe glaube ich probiere jetzt mal aus hoffentlich ist die richtige aber sonst ich weiß nicht was wo immer sein könnte ist das schreckliche keine ahnung so die zweite nach links ist das so jetzt so komme ich jetzt damit hin nirgendwo hin ne ne das ist ja komm ich wieder im kreis rum das ist auch nicht besser schade ist auch keine wirklich gute möglichkeit aber ich war hier im kreis ich kann hier gemütlich mir erst mal alles angucken wenn die möglichkeiten anschauen ich habe ich kann da abbiegen aber das ist die einzige möglichkeit ne ach komm ey das ist doch scheiß ich komm ich glaube ich kann die lösung nicht raus oder ich weiß es sieht nicht so aus als durch die lösung irgendwie rauskriegen sieht es für mich dann noch aus aber es ist so deprimiert gleich wieder gegen die wand ne den gang kenne ich ja bämm es macht einfach keinen spaß mehr ganz ehrlich es macht keinen spaß mehr bei der einwand ich auch irgendwie die hoffen nicht irgendwas rauskriegen will aber hier krieg ich habe keine ahnung was ich hier rauskriegen soll aber ich will auch nicht nachgucken wenn ich jetzt nachgucken ist es dann habe ich es nicht geschafft so zu sagen ist auch nicht gut aber ich kann mir einfach die wege nicht merken das ist echt krasse ich kann mir die wege einfach ich kann mir die wege einfach nicht merken weil es ist einfach zu viele abzweigungen zum teil ich gebe da ein paar stellen da sind nur abzweigungen da falle ich echt ein bisschen so ein bisschen die über so ich möchte ganz ehrlich sagen das sind nur abzweigungen das ist furchtbar oh man ey jetzt bin ich schon wieder in ihren einen stelle ist das schlimm das ist doch irgendwas zu sagen dass ich hier wieder zurückfahren kann das ist doch irgendwas zu sagen ich fahr gleich mal da hinten hoch ich glaube nicht dass das irgendwas besser machen wird aber es ist einfach nur keine ahnung ah jetzt fahr ich schon wieder hier lang das ist in der tat nicht besser ja da gibt es dann diese eine abzweigung nach rechts und dann muss ich wieder links oder irgendwo muss ich abbiegen das ist gleich dagegen ey jetzt habe ich den selben weg nochmal genommen kann das sein krass ist das beschissen wo komme ich denn hier lang ich habe keine ahnung was zum hänker das sind mir hier schon wieder zu viele möglichkeiten was kommen wir den beschissenen ah man das ist doch nicht zu glauben ich komme nicht da ich werde hier nicht raus kommen boah ist das kacke alter ich will die lösung nicht suchen aber ich kann auch nicht stundenlang die scheiße hier machen kann ich auch nicht machen ey das würde ich schon gut tun wenn ich irgendwie in die Zeitlupe immer alles in Ruhe angucken könnt oder mir die Bahn mal anschauen würde aber das ist so chaotisch hier ist das krass woher ich jetzt hin woher ich jetzt hin pff keine ahnung ich habe keine ahnung ey ich bin schon wieder hier ah man aber auch wenn ich mir jetzt hier in Ruhe die Bahn anschaue das bringt mir nicht wirklich was also ganz sicher jeder Weg links ist die Lösung hundertprozentig aber wie komme ich da lang es kann nur ein es ist schlimm es ist bestimmt nur ein einziger Weg das ist echt krass ist das krass ey ja ich habe das schon so oft gemacht ich habe keine andere Wahl ich muss hier abbiegen ich habe keine Ahnung kann ich hier nicht Pause drucken oder so ne kann ich auch nicht wo komme ich denn da lang ich bin wieder am Anfang ist das scheiße ja ich habe jetzt mir den Eingang nochmal angekaut und ich bin jetzt nicht gerade weiter irgendwie habe ich das Gefühl keine Ahnung ich habe keine Ahnung Alter was ist denn jetzt wieder ah das ist schon wieder das Programm na komm wieso meldet sich das jetzt so äh führt derzeit Hintergrund ja ist gut aber es ist doch nicht ich meine komm ich jetzt doch nicht inaktiv was soll denn die Scheiße wow du hast es trotzdem geschafft krass also das fand ich schon also dass ich das jetzt mit einer Unterbrechung mittendrin geschafft habe überrascht mich jetzt schon ein bisschen und sonst macht es hier so ein Theater ey kompflissenteil wo fahre ich denn jetzt lang ey ich bin schon wieder in derselben Ecke ne ich bin schon wieder hier geil das macht euch richtig an ey ich verstehe auch gar nicht warum ich jetzt immer wieder hier hinkomme das ist mir ehrlich wieso komme ich immer wieder hier hin das ist ja wie ein furchtbarer Kreislauf das ist wieder so eine Stelle wenn ich das geschafft habe dann kann ich mich nicht freuen ich kann mich darüber nicht freuen es ist einfach so ich kann mich darüber absolut nicht freuen wieso auch also das ist einfach nur total deprimierend wo komme ich denn jetzt lang alter wo bin ich denn jetzt bin ich schon wieder in derselben ich komme immer auf dieselbe Bahn ey das ist total deprimierend schon wieder von der Seite ey das macht nicht wahnsinnig es macht nicht wahnsinnig es macht mich einfach nur wahnsinnig ich bin auf jeden Fall schon eine Stunde dran oder so das fühlt sich auf jeden Fall so an total schrecklich ist das hab ich ein bisschen weiter nach vorne gesetzt das ist auch keine gute Idee gewesen das sieht dann auch nicht gerade schöner alles aus mein Gott ey ist das schlimm wo komme ich denn jetzt wieder lang ah jetzt komme ich da oben wieder rum ey das bringt mir aber auch gar nichts weißt du das bringt mir sowas von gar nichts aber irgendwie ist es aber soviel sehe ich das nicht dass mir das Press bringen sollte aber es geht aber auch alles so schmarr hier geht alles so schnell ey schon wieder diese verdammte Ecke oh ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig schon wieder diese eine Ecke alter das macht mich wahnsinnig das macht mich einfach nur wahnsinnig hab ich es geschafft ich habe es glaube ich geschafft ich habe es geschafft oder sei bitte kommt nichts mehr bitte ich habe einen Stein oh ich habe es geschafft Leute ich glaube ich habe es geschafft komm ich hier irgendwie wieder raus komm ich hier irgendwie wieder raus bitte lass mich wieder raus hier danke sehr äh endlich andere Musik ich kann nicht mehr naja das ich habe es aber geschafft ich habe es geschafft ohne nachzugucken habe ich es geschafft so ich denke mal es ist offensichtlich wir müssen den Stein hier hinlegen das ist das letzte was ich noch machen werde dann werde ich aufhören weil ich bin total am Ende so legen wir den Stein hier drauf geht das jetzt nicht ich war überzeugt davon dass es ehrlich gesagt geht ah es geht hier passiert was ok bin gespannt was daraus wird oh gutes Geräusch oh daraus hat er einen Diamanten gekriegt das ist krass das ist echt krass ähm hier werden wir auf ich bin sehr 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 gespannt was aus diesen Diamanten wird denn ähm wir haben eine Sackgasse erreicht ich weiß jetzt nicht wo es noch weiter gehen soll denn es ist eine Sackgasse wir waren jetzt hier hier ist einstatt nichts mehr in den Mien ist auch nichts mehr unter was ist auch nichts mehr im Biergarten ist auch nichts mehr wahrscheinlich also da wo der Zauberer ist wo das Mien ist wahrscheinlich auch nichts mehr wo soll noch was sein wo soll ich noch ein neuer Fahrt öfter und ich allein jetzt wo ich gerade übernachten denke ich gerade über die Story von diesen Spielen nach und ich habe auch gar keine Ahnung was wir hier eigentlich machen aber ist auch scheißegal oder ich würde sagen äh das war es erstmal ich werde mich jetzt mal davon erholen müssen ich hoffe es ist alles aufgenommen so wie es ist wenn nicht dann bin ich ziemlich traurig sage ich mal wäre schon ärgerlich ja wäre ich sogar sehr ärgerlich aber lassen wir das erstmal ähm ja bis zum nächsten mal von Young Merlin ich muss jetzt mal erholen tschüss wir operieren es decir ich Vielen Dank.